Hallo, ich heiße Mona Duzda. Ich kandidiere am 11. Oktober für die SPÖ bei den Gemeinderats- und Landratswahlen. In Wien geboren, stamme ich aus einer palästinensisch-arabischen Familie. Ich bin Wienerin aus ganzem Herzen, denn in Wien fühle ich mich wohl. In Wien fühle ich mich als Frau sicher. Für mich ist Wien die beste und schönste Stadt der Welt. In Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das kommt nicht von ungefähr. Jahrzehntelange sozialdemokratische Politik gemeinsam mit den Wienern und Wienerinnen haben dies ermöglicht. In Wien gibt es Bildung für alle, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben. Den Gratis-Kindergarten, Hadanat Adfal Majaniye, die Gratis-Lernnachhilfe, Durus Idafie Majaniye. Und die Ausbildungsgarantie für Lehrlinge, Daman Talim Nilmihaniyin. Günstige öffentliche Verkehrsmittel, die 365 Euro Jahreskarte. Mua Salat, die Asarab und Maßnahmen. Gratis-Kulturangebote für alle Wiener und Wienerinnen. Lästbare Wohnungen durch den sozialen Wohnbau. Zwei Drittel aller Wiener und Wienerinnen wohnen in geförderten Wohnungen. Wir schaffen neue Arbeitsplätze und bekämpfen vor allem auch die Jugendarbeitslosigkeit. Wir unterstützen uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass Wien die lebenswerteste Stadt in Zukunft in der Welt bleibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Demokratische Union auf den 11.10. SPÖ am 11.10. Sprechstabend. 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 Bis zum nächsten Mal.